Hallo und herzlich willkommen bei 10X Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail den chinesischen Aktienmarkt. Damit beginnen wir das heutige China-Update mit einigen Grafiken und Makrodaten. Zuerst schauen wir uns mal etwas an, was wir möglicherweise, sage ich aber ganz bewusst dazu, auf dem Schirm haben sollten. Wir sehen hier den CSI 300 gegen den S&P 500, der CSI 300, der chinesische Aktienindex. Und da muss man jetzt dazu sagen, dass es hier in der Vergangenheit immer mal wieder Punkte gab. Natürlich hier in lila entsprechend der S&P 500, wo ein längerfristiger China-Abverkauf, wo ein längerfristiger China-Bärenmarkt dann auch durchaus gemündet ist in eine Korrektur beim S&P 500. Wir sehen hier aktuell zwischen dem S&P 500 und dem CSI 300 jetzt hier ein sehr, sehr starkes Gap. Und das haben wir mal grundsätzlich auf dem Schirm, dass es nicht ausgeschlossen ist. Es ist nicht Primärszenario aktuell, aber ich wollte es heute definitiv mal eingangs mit euch teilen, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gegeben hat. Natürlich China insgesamt ein extrem wichtiger Markt, natürlich auch global, wo eben langfristige Bärenmärkte in China dann durchaus auch negative Auswirkungen haben konnten auf den US-Aktienmarkt. Und das Ganze jetzt nochmal im etwas kurzfristigeren Bild zurück bis 2016. Grundsätzlich sehen wir schon eine gewisse Korrelation zwischen dem CSI 300 und dem S&P 500. Und aktuell sehen wir ein historisches Gap zwischen diesen beiden Aktienindizes. Überschrift ist hier just a local problem. Also ist das wirklich nur ein lokales Problem, ein chinesischer reiner Aktienbärenmarkt, der eben dann auch durchaus ein Ende finden kann? Oder ist das hier möglicherweise der Beginn von etwas Größerem? Das ist grundsätzlich ein Thema, auch vor allen Dingen der chinesische Immobiliensektor gilt ja hier zu beobachten. Und das ist ganz klar ein Thema, was wir auf dem Schirm haben. Primärszenario bleibt allerdings weiterhin das, wenn wir hier vor allen Dingen dann auch beim Hang Seng Index wichtige Levels halten können. Hier für mich durchaus auch eine Bodenbildung absolut im Bereich des Wahrscheinlichen ist. Und wenn das Ganze positiv ausgehen sollte für den chinesischen Aktienmarkt, wenn hier im Rahmen der 2022 Tiefs im Hang Seng Index eine Bodenbildung stattfinden kann, auch hier beim HS Tech, Hang Seng Tech Index im Rahmen der 2022er Tiefs eine Bodenbildung stattfinden kann, dann haben wir natürlich hier gigantisches Aufholpotenzial. Vor allen Dingen, wenn möglicherweise dann die US-Indizes ein bisschen konsolidieren sollten, ob wir dann möglicherweise sogar, wobei ich da ganz klar dazu sagen muss, ich bin da noch skeptisch, ich kann mir derzeit eine Rotation oder eine Seitwärtsphase in den US-Aktien und gleichzeitig eine Rotation in China noch nicht so ganz vorstellen, bin aber grundsätzlich auch offen für das Konzept. Vor allen Dingen, weil wir jetzt zuletzt eben durchaus in China starke Geldflüsse gesehen haben. Auf alle Fälle sollte man hier, wenn man an eine Bodenbildung glaubt beim Hang Seng Index, insbesondere entsprechend die chinesischen Tech-Aktien auf dem Schirm haben. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und dass wir zuletzt durchaus starke Geldflüsse gesehen haben in die chinesischen Aktienmärkte, da schauen wir uns jetzt in den folgenden Grafiken an, war aber auch schon Thema auf dem Kanal. Die erste Grafik ist hier durchaus interessant, die zeigt uns nämlich an, dass vor allen Dingen auch in Festland Aktienfonds investiert wurde, und zwar in erster Linie von Chinesen selbst. Die hellblaue Linie, das sind hier die einheimischen und die rote Linie wäre entsprechend ausländische Investitionen. Und da sehen wir, dass vor allen Dingen Chinesen selbst jetzt in die Aktienfonds investiert haben. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, wissen die hier möglicherweise ein bisschen mehr, haben die hier so einen gewissen Insider-Status oder sind sie mehr oder weniger auch gezwungen, dann eben in chinesische Aktien zu investieren. Das lassen wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mal offen. Und was natürlich aber auch aus dieser Grafik herauszulesen ist, falls wir jetzt in den Bodenbildung reingehen und falls hier die Einheimischen möglicherweise einen Ticken früher schon dran sind, um hier in den Markt zu investieren, bleibt hier natürlich weiterhin viel Potenzial für internationale Investitionen. Aber auch die internationalen Investoren, vor allen Dingen, wenn wir hier dem Goldman Sachs Primebook Glauben schenken, zeigen jetzt hier wirklich Interesse am chinesischen Aktienmarkt. Wir haben zuletzt zwischen dem 23. und dem 25. Januar das größte Kaufvolumen gesehen in fünf Jahren für chinesische Aktien im Rahmen eben dieser Drei-Tages-Periode. Und das müssen wir wirklich ganz klar auf dem Schirm haben. Das war auch der Bereich, wo der Hang Sengindex eben sein 52-Wochen-Tief jetzt hier gesehen hatte, als wir eben die 2022er-Tiefs entsprechend angetestet haben. Und das ist eben auch Verhalten, was man dann gerne im Rahmen einer Bodenbildung sieht, dass man dann wirklich, vor allen Dingen in China sehen wir das gerne, dass dann wirklich am Tief massiv Geld reinfließt und das Ganze sich dann eben auch gerne ausspielt in einer sehr scharfen Rallye. Den ersten Impuls dieser Rallye haben wir ja bereits gesehen im Hang Sengindex. Jetzt aktuell die Korrektur dieses Impulses. Da schauen wir uns dann gleich bei der Chart-Analyse an, welche Levels wir hier auf dem Schirm haben. Wichtig ist, dass man hier ganz klar auf dem Zettel hat, dass jetzt zuletzt in Bodennähe sehr viel Geld und zwar in kurzer Zeit in die chinesischen Aktien geflossen ist. Und das nach wie vor auf sehr tiefen und vor allen Dingen sehr negativen Levels, was die Positionierung angeht in chinesischen Aktien. Hier ein weiterer Blick ins Goldman Sachs Primebook. Und auch hier sind wir auf Multi-Jahrestiefs. Auch hier spricht Goldman Sachs von einem Fünf-Jahrestief, was die Positionierung in chinesischen Aktien angeht. Und das muss man wirklich auf dem Schirm haben. Vor allen Dingen, dass wir hier auch nach wie vor eben tief im negativen Bereich sind, also tief auf der Short-Seite unterwegs sind, was chinesische Aktien angeht. Darüber haben wir auch zuletzt gesprochen, dass Short China der zweitmost crowded Trade war zuletzt. Und das sind einfach Dinge, die wir bitte auf dem Schirm haben. Wichtig ist aber darüber auch zu wissen, da haben wir auch im letzten China-Update darüber gesprochen, dass wir jetzt hier ganz genau darauf achten müssen, haben wir es hier aktuell nur mit einer kleinen Bärenmarkt-Rallye zu tun gehabt, nur mit einem kleinen Short-Squeeze, der eben dann auch nochmal neue Tiefs macht und die wären fatal potenziell für den chinesischen Aktienmarkt. Oder war das jetzt hier der erste Impuls, der die Bodenbildung einleitet und eben die Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben, im Chart bestätigt hat. Und wenn wir hier einem Boden nahe sein sollten in China, dann müssen wir zwangsläufig auch diese Grafik hier auf dem Schirm haben. Und zwar haben wir hier ein komplett konträres Bild zu den US-Aktienmärkten, wo die Notenbank vorgibt, aktuell weiter enge Geldpolitik zu betreiben und die Bilanzsumme vor allen Dingen auch zu reduzieren, während der S&P 500 auf Allzeit hochsteht. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Wir sehen vor allen Dingen seit 2023 aggressive Injektionen von Liquidität von der People's Bank of China, während die Aktienmärkte hier aber weiter nach unten schmelzen. Und das muss einem auch völlig klar sein, dass dieses Gap zumindest potenziell massive Rallye-Chancen ermöglicht, weil wir hier einfach aktuell dann für die Liquidität, die eigentlich da ist, ein viel zu pessimistisches Umfeld sehen und auch eine viel zu geringe Long-Positionierung. Sicherlich gibt es in China viele weitere Risikofaktoren, die vor allen Dingen auch internationale Investoren davon abhält, große Gelder aktuell nach China reinfließen zu lassen. Aber habt das immer auf dem Schirm, Momentum ist das Größte, was wir am Markt haben und derzeit ist das Momentum zur Downside. Wenn das Ganze aber nach oben drehen sollte und wenn das Ganze wirklich zu einem Momentum-Aufwärtstrend werden sollte, dann hat China hier wirklich vor allen Dingen auch, was die Notenbanken bereits auch ermöglicht haben, massives Aufwärtspotenzial. Und dazu muss man auch sagen, dass jetzt die letzten Wirtschaftsdaten, die wir heute bekommen haben, aber auch immer ganz klar dazu gesagt, chinesische Wirtschaftsdaten immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aber der China EMI Gesamtindex, also der Einkaufsmanagerindex Gesamtindex, hat sich erholt von 50,3 auf 50,9. Das verarbeitende Gewerbe ist noch im schrumpfenden Bereich, hat sich aber auch leicht erholt im Vormonat von 49,0 auf 49,2. Und die Dienstleister haben sich sogar im positiven Bereich, also über 50 nochmal erholt vom Vormonat und sind auch etwas über der Prognose reingekommen. Also hier möglicherweise erste vorsichtige, freundliche Zeichen, dass es auch langsam mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht hier. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Damit kommen wir zur Chartanalyse. Und wir beginnen zuerst mal mit dem Hang Seng Index und den schauen wir uns im Wochenchart entsprechend an. Und hier müssen wir in erster Linie ein Level auf dem Schirm haben. Und zwar sind das die 16.139 Punkte. Da sind wir aktuell Stand jetzt knapp drunter. Wichtig ist dieses Level einfach, weil das dieser absolut prägnante Support war im Oktober 2011. Sind auch Levels, die wir bis zuletzt 2022 dann in dieser Form nicht mehr gesehen haben beim Hang Seng Index. Und darüber sieht das Ganze durchaus freundlich aus. Darunter müssen wir wieder extrem vorsichtig sein. Gerade diese Zone hier zwischen 16.000 und 15.000 Punkten, dann hier am Tief 14.500 Punkte, 14.600 Punkte. Das ist dann das 2022er Tief. Gerade dieser Bereich ist hier extrem wichtig jetzt in den kommenden Wochen für den Hang Seng Index. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn der Markt hier noch weiter volatil bleiben möchte, wenn das hier dann wirklich eine längerfristige Bodenbildung wird beim Hang Seng Index, dann hätte der grundsätzlich auch noch Zeit bis weit ins Jahr 2024. Muss man wirklich sagen, der Abwärtstrend dieses aktuellen Bärenmarkts, der hier oben 2021 begonnen hatte, der würde sich fortsetzen bis Juli, August 2024. Also das kann hier potenziell noch viele Wochen volatil seitwärts gehen. Und das wäre dann eben auch gewissermaßen die Charakteristik eines Adam- und Eva-Doppelbodens, der sich eben dadurch auszeichnet, dass das erste Tief besonders spitz ausfällt, eine besonders krasse v-förmige Erholung ist. Und das zweite Tief, wenn der Markt wirklich hier auf Herz und Nieren testen möchte, ob das Tief hier solide ist, der kann dann eben doppelt oder dreifach so lang auch ausfallen von dem gesamten Volumen und auch von der Zeit vor allen Dingen, die hier stattfindet, bis der Boden dann wirklich drin ist. Also habt das mal auf dem Schirm, dass das hier grundsätzlich noch relativ lang volatil seitwärts gehen kann, was allerdings die gesamte Zeit über wichtig ist, dass wir eben die 2022er Tiefs nicht krass, muss man dazu sagen, rausnehmen. Möglicherweise wird er hier einen kleinen Undercut zeigen. Möglicherweise werden wir das nochmal verletzen, vor allen Dingen, wenn wir nochmal tief runterkommen in dem Bereich. Aber was ich definitiv hier nicht sehen möchte, das wäre diese Bewegung ein deutlicher Bruch drunter. Backtest als Widerstand, weil wir uns danach eben mit der Zielzone auseinandersetzen müssen im Bereich zwischen 12.300 und potenziell sogar vierstelligen Kursen beim Hang Seng Index. Macht euch das klar, das ist hier ein völlig intakter, aggressiver und vor allen Dingen seit Februar 2021, also jetzt fast drei Jahre intakter Bärenmarkt beim Hang Seng Index. Und was uns hier eben so interessiert macht, an diesem Markt aktuell oder mich derzeit so interessiert macht, das ist hier diese Chance auf den Doppelboden. Wenn dieser Doppelboden aber brechen sollte, dann setzt sich im großen Bild einfach nur der Abwärtstrend fort. Jetzt schauen wir uns die lokale Preissection noch im 4-Stunden-Chart an. Das ist auch die Ansicht, über die wir in den täglichen Videos regelmäßig sprechen. Und da hatten wir auch genau die Entwicklung jetzt hier zuletzt auf dem Schirm. Wir sehen hier das Tief bei 14.792. Das war der 22. Januar. Danach gab es eben hier diese Rallye, auch unter sehr starkem Volumen. Das, was wir gerade bei den Makrodaten besprochen hatten. Und jetzt entsprechend, nachdem wir hier an den 16.139, genau das Level, worüber wir gerade gesprochen haben, aus 2011, was hier supporten, das ist so wichtig, dieses Level. Habt das unbedingt im Chart. Jetzt hier abgeprallt sind, geht der Hang Sengenex jetzt in eine Korrektur, in unsere aktuelle Zielzone. Wie kommen wir auf diese Zielzone? Selbstverständlich, weil wir uns die Rallye entsprechend abmessen, um dann hier das 38er bis 61er Fibonacci auf dem Schirm zu haben. Das wäre jetzt hier der Impuls, dann hier der boolische Rücksetzer, korrektiv weiterer Impulsen. Das ist auch das, was wir sehen wollen. Tiefstens Kurse meiner Meinung nach hier von 15.300, 15.280. Das ist die Zone, ich will hier auch ein höheres Tief sehen als zuletzt. Das ist die Zone, die er verteidigen darf. Aktuelle 4-Stunden-Kerze hier mit einem kleinen Impuls. Schauen wir uns jetzt an, wie es weitergeht. Die aktuelle Zone sollte er verteidigen. Und dann brauchen wir eben hier den Breakout über die 16.139. Danach ist das nächste wichtige Level 16.825. Und dann rennt der Hang Sengen-Ex, falls wir das rausnehmen sollten, in Richtung großen Abwärtstrend, in Richtung 200-Tage-Linie. Hier müssen wir den Markt spätestens bei 18.000 Punkten müssen wir den Markt dann nochmal komplett neu bewerten. Und erst dann sprechen wir überhaupt von der Chance, aus dem Bärenmarkt entsprechend auszubrechen. Also hier wirklich noch die Frühphase der Bodenbildung beim Hang Sengen-Ex. Der erste Impuls war jetzt herrlich. Das war durchaus eine scharfe Rallye, so wie wir es eben gewohnt sind vom chinesischen Aktienmarkt. 10 Prozent in wenigen Tagen. Wunderbar. Jetzt sehen wir den Rücksetzer. Und der sollte bullisch abgearbeitet werden. Also hier jetzt keine zu tiefen Kurse. Definitiv auch kein Bruch. Und das 61er Fibonacci. Und der muss dann aber auch hier wirklich begleitet werden von einem weiteren Impuls. Dann deutlich über 16.139. Und hier unten sehen wir es schon. Die Zielzone aus der Rallye, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Falls das hier wirklich neue Tiefs werden sollten, das ist dann ganz klar der Bruch auf neue Multijahrestiefs. Der Bruch auch hier unter die Tiefs von 2022. Und das wäre dann meiner Meinung nach eben auch der Beginn von potenziell sogar dramatisch weiteren Abverkäufen. Zum Schluss noch ein Schnelldurchlauf über ein paar chinesische Einzelaktien. Wir fangen natürlich an mit Alibaba. Aktuelle Marktkapitalisierung 185 Milliarden US-Dollar. Wir sind jetzt bei Alibaba vom letzten Tief durchaus freundlich auch angestiegen. Hier eine Rallye um 13,8 Prozent. Hat also vom Tief ans Top der Rallye den Hang Seng Index etwas outperformed. Wir sehen jetzt hier eine relativ milde Konsolidierung, nachdem wir im Anstieg viel Volumen gesehen haben und jetzt beim Abverkauf eher relativ wenig Volumen sehen. Das ist interessant, das behalten wir definitiv mal auf dem Schirm. Mittwoch, 7. Februar sind hier die Earnings bei Alibaba. Und hier an der US-Listung, an der Nice, hier haben wir ein wichtiges Level bitte auf dem Schirm. Und zwar die 70 US-Dollar. Da darf Baba nochmal drauf kommen. Das darf man nochmal antesten. Hier ist auch eine kleine Kurslücke noch offen. Darunter möchte ich sie grundsätzlich dann eher schon wieder nicht mehr sehen. Man muss hier möglicherweise, wenn wir uns das Ganze mal anschauen mit dem Fibonacci-Level, was hier wirklich Max Payne wäre für Alibaba, dann sehen wir aber auch, dass das, ja, das ist hier der Bereich um 70 US-Dollar. Hier haben wir es, 61er und 65er Fibonacci. Wenn er wirklich dieses Gap hier schließen möchte, dann müsste man 78er, 88er Fibo auf dem Schirm machen. Aber darunter wird es dann schon wirklich dünn. Also meiner Meinung nach hier bei Baba eher keine Kurse mehr. Unter 70 US-Dollar. Was ich hier meiner Meinung nach auch nicht mehr sehen möchte, das wären hier wirklich neue Tiefs. Das sollte jetzt hier der Boden gewesen sein bei Alibaba. Und im großen Bild wissen wir aber auch, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, eben zurück bis zum IPO auch hier im Jahr 2014, dass gerade hier dieses Level von 73 US-Dollar und dann vor allen Dingen auch die 86 US-Dollar, diese Zone, die hier hinterlegt ist, die ist sehr, sehr wichtig. Und da sind wir jetzt aktuell knapp drunter. Also unter 70 US-Dollar wird es wieder gefährlich für Alibaba und freundlich bis bullish wird es aber auch erst, wenn wir hier wirklich klar aus den 73 US-Dollern ausbrechen, dann Platz in Richtung 86 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Als nächstes schauen wir auf Baidu, ist auch eine Aktie, die ich bei mir im China-Teil vom Depot liegen habe. Und da ist ein extrem wichtiges Level, auf was wir achten hier genau die 100 US-Dollar-Marke. Und zwar schauen wir hier weit zurück bis 2011. Wenn wir drunter brechen, muss man sich hier damit auseinandersetzen, dass die Aktie dann direkt Downside haben kann bis 80 US-Dollar. Auch hier 2015 waren die 100 US-Dollar genau das Tief. Im Corona-Crash sind wir leicht drunter gedippt, hier eben in dem Bereich von 83 US-Dollar die Tiefs aus 2013. Und tatsächlich zuletzt im Oktober 2022, als auch der Hang Seng-Index hier sein massives Tief gefunden hat, war Baidu hier sogar nochmal mit Multi-Jahrestiefs unterwegs bei 73 US-Dollar. Auch interessant, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt deutlich höhere Tiefs sehen als hier am Tief 2022. Das zeigt uns hier eine gewisse relative Stärke sogar an von Baidu gegenüber dem Gesamtmarkt. Und hier muss man jetzt ganz klar eben von diesem Tief ans Top hier das 61er und 65er Fibonacci auf dem Schirm haben. Das ist hier der Bereich von 104 bis 107 US-Dollar. Gerade hier zuletzt haben wir nochmal intensiv die 100 US-Dollar angetestet. Das muss hier der Boden sein, völlig klar für Baidu. Ansonsten hat sie hier in die Zone, die wir in der Vergangenheit auch immer wieder angetestet haben, hier um die 83 US-Dollar. Natürlich Downside, das ist dann hier auch das lokale 88er Fibonacci. Hier wäre dann eine Downside von 24 bis 25 Prozent an sich. Aber eine Aktie, die ich hier vor allen Dingen über den 100 US-Dollarn extrem spannend finde. Natürlich auch hier mit potenziell deutlich höheren Kurszielen. Als nächstes schauen wir auf NIO. Und da ist vor allen Dingen die heutige Preis-Action sehr, sehr spannend. Wir sehen auf der linken Seite das Tief von Juni 2023. Damals gab es eine scharfe Rallye. Wir hatten dann hier über viele Wochen einen potenziellen Doppelboden auf dem Schirm. Bei NIO ist durchgebrochen nach unten, wie wir wissen. Aber wir hatten dann hier aus dieser letzten kleinen Rallye die Zielzone auf dem Schirm zwischen dem 127er und dem 161er Extension. NIO ist jetzt hier überverkauft und ist heute ganz genau mit dem Tagestief auf den 5,40 Dollar gelandet. Und schaut euch hier jetzt mal die Preis-Action an. Habt sowas auf dem Schirm. Japanese Candles. Wir haben jetzt hier einen bullischen Hammer zum jetzigen Zeitpunkt. Die Preis-Action ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben hier noch auf der heutigen Tageskerze etwa 5 Stunden drauf. Aber für den Moment wurde jetzt hier ganz genau das Level, was wir auf dem Schirm haben, nämlich die 161 bei 5,40 Dollar am Tagestief gekauft. Wir sehen jetzt, was zuvor allerdings Support war, wird hier möglicherweise gerade zum Widerstand. 5,80 Dollar. Genial wäre, wenn die heutige Tageskerze hier noch ausbrechen könnte, auch aus dem Abwärtstrend. Wenn die heutige Tageskerze noch so ein bisschen in Richtung 6 US-Dollar läuft, so ein bisschen, möglicherweise sogar in 6,14 Dollar läuft. So ein richtiger, strammer, bullischer Hammer. Das wäre jetzt hier überragend. Und dann natürlich muss der Boden drin sein. Dann keine Kurse mehr drunter konsolidieren. Darf man das ganze Backtest 5,80? Wäre kein Problem. Und danach kann sich die Aktie hier in Bewegung setzen. Jetzt ein erstes wichtiges Ziel, danach die 7 US-Dollar und das absolut wichtige Level, worüber dann NIO hier auch möglicherweise größer und längerfristig bullisch sein könnte, wären dann die 8 US-Dollar. Aber habt jetzt hier vor allen Dingen, und deswegen hatte ich sie jetzt auch heute hier mit dabei auf dem Schirm, dass NIO heute ganz genau dort, wo wir eine bullische Kerze sehen wollen, uns für den jetzigen Zeitpunkt eine bullische Kerze zeigt. Wichtig ist jetzt hier und bleibt hier sonst Ziel. 4,50 Dollar bis potenziell sogar Kurse unter 2,50 Dollar. Jetzt keine Kurse mehr bei NIO unter 5,40 Dollar. Abschließend zeige ich euch, wie beim letzten China-Update, noch einen absoluten Small Cap aus China. Das letzte Mal haben wir über Bilibili gesprochen. Heute gehen wir noch ein bisschen krasser rein in die Kategorie China Stonks. Und zwar schauen wir uns heute Baosun an. Die haben eine Marktkapitalisierung von 128 Millionen US-Dollar. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,1, allerdings aktuell stark unprofitabel. Und das Ganze schauen wir uns jetzt hier mal an aus Sicht der ehemaligen Allzeittiefs hier aus dem August 2015. Ganz klar, Baosun hat hier neue Allzeittiefs gemacht. Baosun ist vor allen Dingen hier auch kurzfristig nach wie vor in einem relativ aggressiven Abwärtstrend. Hat jetzt hier möglicherweise zuletzt uns einen Breakout gezeigt, den wir aktuell backtesten. Aber um hier wirklich wieder freundlich zu sein auf die Aktie, da müsste sie uns jetzt mindestens mal eine Preis-Action zeigen. Zurück über 2,64 Dollar, um dann eben hier diese wichtigen Levels rauszunehmen. Eben auch aus der Vergangenheit und dieses ursprüngliche Allzeittief. Das war bei 4 US-Dollar. Zu dem Zeitpunkt können wir dann hier auch von einer Trendwende sprechen. Und dann hat Baosun natürlich mittel- bis langfristig, wenn hier Musik reinkommt, deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, das ist hier wirklich, habe ich im Depot, aber das ist hier wirklich bei mir im Depot eine sehr, sehr kleine Position. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.